Was ist die Anregung der Marion? Hallo! Als ich Marion vor ein paar Jahren kennengelernt habe, hätte ich mir im Leben nie ausmalen können, dass sie mal der Schlüssel zu meinem Glück ist. Ich hatte vor ein paar Jahren eine Fehlgeburt, ohne zu wissen, dass ich schwanger war. Daraufhin habe ich aus diversen Gründen auch Depressionen bekommen. Irgendwie hat Marion das wahrscheinlich gespürt und sich bei mir gemeldet. Ein paar Monate später hatte ich wieder einen Anruf von ihr, in dem sie mir mitteilte, dass die Engel ihr gesagt haben, sie soll mir helfen. Dies hat sie auch getan. Wir haben zusammen energetisch gearbeitet. Sie hat mir einen Oktaker als Anhänger gegeben, meinen Glücksbringer, und siehe da, wir sind schwanger. Der unerfüllte Kinderwunsch, ein Jahr Kinderwunschklinik, ohne Erfolg, zwei Jahre lang, nach Termin, sich vergnügt, nichts passiert und nun, total unverhofft, hat der Blitz eingeschlagen. Ich kann Mare nur vom wärmsten Herzen, vom ganzen Herzen wärmstens empfehlen. Mir hat sie geholfen und ich bin nicht der einzige Mensch, dem sie geholfen hat. Sie wird noch ganz, ganz vielen helfen.